Hier spricht Ostra, das ist folgenreich mit Saga Frontier 2. Dankeschön an Arzu, dass du uns diese Folge bringst. Und das ist auch schon das zweite Mal, dass ich das sage. Und nein, nicht, weil du das letzte Mal schon was bestellt hast, sondern, ähm, weil mir zwei Folgen Saga Frontier in den Dreck gegangen sind. Ähm, als ich für dich und auch für Christian aufgenommen habe. Und wir sind jetzt an einer leicht anderen Stelle und deswegen wollte ich einmal hier den Recap machen, was jetzt so passiert ist. Wir haben nicht viel verpasst, dass es nichts passiert, was jetzt super dämlich ist. Das einzige, was wir verpasst haben, sind super tolle Ausschnitte aus dem Game. Und sogar eine Cutscene! Aber ich komme nicht mehr dran, weil ich habe auch gespeichert, weil ich dachte, alles ist in Ordnung und, äh, Dinge passieren. Ich habe trotzdem Spaß damit und wir sind, ähm, in einem Eismegalithen. Was ein Megalith ist, es ist ein riesiger magischer Quell. Also das, was wir immer in der Tasche haben, was nicht kaputt gehen kann an Magie. Das in Reinform als riesiger Stein. Außerdem haben wir Patrick dabei. Diesen haben wir in Laubholz bekommen. Wir sind also, wir fangen vorne an, wir haben den Stab gekriegt, der den Nebel gemacht hat. Dann sind wir weitergelaufen durch das Tal. Da war nichts außer Tal und ein bisschen Restnebel. Und dann sind wir in Laubholz eingekommen. In Laubholz hat sich ein Narzis von uns verabschiedet, denn er hat keinen Bock, im kalten Land Frostbeulen zu kriegen. Daraufhin sind wir in die nächste Story-Kampagne gegangen. In Tycoon Will heißt das Ganze, das hatten wir vorher auf der Karte auch schon offen. Und sind jetzt in Weißlauf und wollen uns den Titel Tycoon Will holen. Und dafür hat sich in Weißlauf einmal Patrick angeschlossen. Ein tankiger Typ, der sehr viel Leben hat und sehr viel Schaden abhalten kann. Und wir haben Lavelts Bruder gefunden, der komischerweise auch William heißt. Und von dem haben wir eigentlich die Idee, dass wir auf diesen Megalithen kamen. Denn in den Megalithen ist die Geburtsstätte der Quellz. Und was gibt es nichts Schöneres, als ein riesiges magisches Artefakt aus einem riesigen magischen Palast zu holen, der sozusagen ein Eigenleben hat und jederzeit deine Anima bzw. deine Seele verschlingen kann. Soweit, so gut. Und jetzt sind wir hier, gerade auch am Anfang, wir sind noch nicht weit reingerutscht in diesen Megalithen, aber es heißt, es ist noch niemand aus einem Megalithen zurückgekehrt, lebend. Und deswegen macht das die ganze Sache hier so spannend, dass wir hier überhaupt rumlaufen. Ich hoffe, diesmal wird unsere Aufnahme nicht abkacken. Diesmal mache ich auch einen zweiten Speicherpunkt, damit, falls was passiert, nichts in den Sack geht. Das werde ich beim nächsten Mal auch wieder mehr machen. Aber Ostra dachte, hey, vertrau deiner Technik. Wir haben auch neue Attacken gelernt. Wir werden sie gleich hier sehen mit Cordelia, die jetzt keine Metallsachen mehr anhat, sondern, weil wir den Patrick haben, der jetzt alle Metallsachen trägt und eigene mitgebracht hat, wird sie Magie wirken. Und das ist eine der neuen Attacken Giftschallwelle. Die haben wir gelernt. Und wir haben noch Feuersturm gelernt. Dazu kommen wir dann, wenn wir diese Attacke gleich mal ausprobieren. Natürlich, alle Gegner hier sind nicht so gefasst gegen Feuer und kriegen sehr viel Schaden durch alles, was Feuer macht. Denn hier ist kalt. So. Was wollt ihr mehr wissen? Wir suchen einen riesigen Quell. Es ist super arschgefährlich. Wir werden vielleicht alle sterben. Vielleicht kommen wir nie wieder zurück. Und ihr wisst, und ich habe es schon mal verraten, wir werden noch mehrere Leute kennenlernen aus der Familie von Will Knights. Deswegen, ähm, schauen wir mal, was hier passiert. Fortshadowing, vielleicht Spoiler, vielleicht auch nicht. Ja. Und ich bin eigentlich relativ froh, zum Teil, wenn es sich das so blöd anhört, weil man über sowas nie froh sein sollte. Zum Teil bin ich auch froh, dass die Folgen weg sind. Nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil es einfach nur, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, einfach nur 20 Minuten Kämpfe waren. Wir halt ein bisschen was gelernt haben und mehr oder weniger, äh, einen Ort weitergegangen sind, ohne dass jetzt irgendwas passiert ist, was man aktuell wirklich verpasst hat. Außer, dass wir jetzt halt in diesem riesigen Ding stehen. Aber auch eigentlich mehr oder weniger ohne großartiges, ähm, Vorgeplänkel. Der Bruder von der LaVelle, die wir hier mithaben, kam halt auf die Idee, hier hinzugehen und beobachtet diesen Megalithen schon 10 Jahre lang. Und, ähm, hat er uns zumindest erzählt, ob wir da... Zwei Items? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Oh, wie komme ich denn da hin? Irgendwie links laufen. Das lässt mich gar nicht los. Items sind hier sehr wichtig übrigens. Da kann man... Oh, noch ein Item. Eine grüne Scherbe mitnehmen. Ja, warum nicht? Genauso denke ich auch darüber. Zwei Items wäre perfekt für uns. Da sind sie auch schon. Hier sind 1000 Kronen und eine Berserker-Axt mitnehmen. Natürlich nehmen wir die mit. Was für eine doofe Frage. Ja, und wie gesagt, der war halt lange nicht mehr zu Hause. Dieser andere Will. Der andere William. Und wir wollen so ein bisschen, ähm... Er will hier rein, weil er Ruhm und Reichtum haben will. Und LaVelle will ihn eigentlich nach Hause holen, weil er eigentlich, äh... Einfach ganz normal arbeiten soll. Und, ähm... Das wäre doch auch mal was. Sag zumindest LaVelle. Mir ist das alles völlig egal. Ich will nur Quells finden und eventuell lebend hier rauskommen. Und ein bisschen weiter auf die Suche nach dem EGG gehen, weil wir wissen genau, Will hat, nachdem seine Tante gestorben ist, nochmal die Präsenz des EGG gespürt. Und das bedeutet meistens ja nichts Gutes. Das war übrigens Feuersturm. Man sieht, die anderen Attacken sind nicht halb so effektiv wie Feuer. Und bei LaVelle schwank ich immer noch zwischen Dingen mit Feuer machen. Oder einfach ganz normal angreifen, weil sie ist nicht die Stärkste, wenn es darum geht, ähm... Magie zu werden. So, lassen wir den los. Gehen weiter. Ist echt blöd mit den zwei Folgen, aber wie gesagt, es sind 40 Minuten, wo wir einfach mehr oder weniger nur rumgelaufen sind und gekämpft haben. Und halt diese kleine Story-Passage war, dass wir jetzt halt hier sind. Und nicht mehr irgendwo im Schnee rumstapfen. Beziehungsweise, ähm... Das war ja auch unser Plan, hier hinzukommen. Das wussten wir ja schon vorher. Das wussten wir ja schon, wo wir auf der Brücke waren, wo wir in dem Nebel rumgekämpft haben. Und was willst du machen? Ich denke, passiert. Es gab auch nichts mehr zu retten. Die Datei sah aus wie Schrumpel. Wir versuchen weiter... Dinge zu lernen mit dem Bogen. Ich glaube, das ist das Beste. Einfach auch, weil wir hier... Ähm... Ruhe! Der steht neben dir. Wie kannst du den verfehlen mit dem Pfeil? Du kannst dir wahrscheinlich das Pfeil mit der Hand ins Auge stechen. Wie kannst du da einen Bogenschuss verfehlen? Aber wir wollen ja nicht mit dem Kling auf jemanden zeigen. Das steht jetzt natürlich völlig fremd. Wir könnten dem Patrick auch eine Axt geben. Das ist eigentlich ein Axtyp. Aber... Ich will nicht, dass ihr die Axt kaputt macht. Gut abgelenkt. Weil, ihr wisst, Instrumente gehen kaputt. Und wer hat im Moment ein Stahlschwert. Der Stahlschwert kann nicht kaputt gehen, so wie jedes andere Quelle auch. Und das ist halt das Interessante. Das andere Interessante, warum wir hier sind. Ein Quell bedeutet immer, wir haben eine unendliche Quelle an magischer Kraft. So wie wir hier das ein oder andere schon haben. Ich glaube, den Taschendrachen haben wir dabei als magisches Quell. Ich guck mal, ich guck mal gerade, was wir für Quells überhaupt dabei haben. Ähm, wir haben ja letztes Mal... Ach, das Fructusmalan. Denn, denn, dieses Ding haben wir gekriegt. Dieses hier. Ein Holzbestienquell. Dann haben wir... Hier, man sieht, das Eisschild haben wir irgendwo gefunden. Ist aber kein Quell, sondern einfach nur ein Schild. Warum Schilde nicht kaputt gehen, kann ich euch nicht erklären. Ähm, wir haben den Eissperr gefunden als Wasserquell. Und das war's eigentlich auch schon. Wir haben überhaupt keine Quells dabei. Alle anderen Quells trägt folglicherweise immer noch Narzis. Der alle Sachen wieder mitgenommen hat. Und da werden wir so schnell auch nicht drankommen. Das geht, glaube ich, nur... Einzig und allein in... Ähm... In der Heimatstadt von Will. In Westia, oder wie das heißt. Denn dort gibt es jemanden, der... Sachen wieder besorgen kann. Und sonst müssen wir mit den Sachen halt vorlieb nehmen. Nein, es ist cool, dass wir das übersprungen haben. Deswegen, weil wir jetzt zur aktuellen, richtigen Story kommen. Und das andere einfach nur der Auftakt zu dieser Story war. Und das haben wir mehr oder weniger schon gehabt. Wir wollen berühmt werden. Und ein riesiges Quell finden. Weil, was hat ein Quellsucher sonst zu tun, außer Quells zu suchen? Natürlich wird der Ruhm eines Quellsuchers daran ermessen, wie groß denn der Klunker ist, den er findet. Holzlevel von Will. Und von Kordel. Und Waffenkraft von Patrick. Cool. Der war übrigens in Laubholz, einfach nur in der Taverne. Und hat nichts zu essen gekriegt. Und da haben wir gedacht, okay, wir nehmen den mit, weil der arme Tropf ja nichts zu essen hat. Hi. Ein Schallbogen. Und wieder 1000 fucking Kronen. Ich bin reich. Lass uns einfach gehen. Mit 2000 Kronen. Ähm. Da ist das Leben nicht mehr ganz so schlimm. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann machen wir nochmal Giftschallwelle. Pfeilregen. Wir versuchen auch andere Attacken zu lernen. Ich weiß gar nicht, ob der Patrick auch Muay Thai kann. Ich muss mal gleich gucken. Ob der auch seine Fäuste benutzen kann, um zu kämpfen. Schön wär's ja. Man sieht auch, der hat einfach gerafft, wie es funktioniert. Der hat auch hier schon überall so ein paar Stahlschultern und Stahlkappen unten in den Schuhen drin. Und anscheinend weiß er ganz genau, damit kann man sich wirklich vor Angriffen schützen, weil alle anderen auch sehr gutes Vergiften. Alle anderen tragen ja eigentlich mehr oder weniger normale Klamotten. Oh mein Gott. Das Gift ist so gut. Cordelia hat das Wasserlevel wieder erhöht. In der Welt könnte irgendwas mal lernen. An meiner Meinung nach. Könnte ich aber irgendwas lernen. Und ich glaube, wir sind in der Mitte des Megalithen angekommen. So sehen die von innen aus. Deswegen sag ich ja, das was wir vorher hatten. Wir haben halt einen riesigen Eiskristall gesehen. Wow. Aber das hier ist das Interessante, weil auch der Boden pulsiert vor Magie. Und hier geht es nämlich jetzt. Oh, ich glaube, ich mache mal eine Zwischenspeicherung. Geht es hier durch magische Portale? Das kann nicht gesund sein für den Körper. Just saying. Überall posiert dieses komische magische Dingen. Ah, krass. Und das hier ist der Hauptmagische Punkt. Und der bringt uns in eine Halle, wo wir wieder zwei Türen haben. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht, ob ich hier schon überhaupt war. Ein Eiskristall. Mitnehmen, warum nicht? Ein was? Wie gesagt, man kann hier immer verschiedene Wege gehen, um verschiedene Dinge zu bekommen. Ein Wasser. Ein Wasserquell. Beziehungsweise ein Wasserinstrument. Aber was für eins. Wow. Dann gehen wir doch auch mal nach rechts. Ich glaube, in die Mitte gibt es entweder einen Bosskampf oder sonst irgendwas. Von daher sollten wir eventuell... Okay. Nach unten. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach unten. Mitte. Okay. Wow. Da gibt es gar nichts oder ist das falsch gewesen? Was? Wer will was von mir, während ich hier gerade spiele? Keiner? Gut. Da hat er die Fresse. Blödes Handy. Lass es mal hier lang gehen. Was ist halt... Es ist einfach so magisch. Und guckt euch das an. Was ist das? Was bedeutet das? Ist dahinter was? Anscheinend nein. Sieht aus wie die Matrix da drin, oder? Was ist das? Ist das ein Wasserbe... Taylor steht auch herum. Was ist das? Mein Kopf fühlt sich an, als würde er zerplatzen. Reiß mich zusammen. Mein Kopf. Ich muss uns hier rausholen. Okay. Ill. Will. Was ist passiert? Seid ihr alle wohlbehalten? Danke, Will. Du hast uns das Leben gerettet. Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch. Du hast uns vor diesen wahnsinnigen Kopfschmerzen beschützt. Und dann sind wir aufgewacht. Hm. Aber ich habe wirklich nichts gemacht. Ihr wart alle am Boden. Ich wollte helfen. Aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann bin ich auch umgekippt. William. Hol das von vorhin heraus. Wo hast du es versteckt? Ich wollte es gerade herausholen. Ich habe es auch nicht wirklich versteckt. Ich denke, es ist ein Quell. Ein Quell? Ich spüre seine Kraft. Wo hast du das her? Du hattest es doch selbst in der Hand. Es ist mein einziges Rätsel. Auf jeden Fall ist dieser Raum zu gefährlich. Lass uns zuerst die anderen Räume untersuchen. Ein Quell? Ein Dämonen-Medaillon. Hilft gegen Tiefschlaf. Tja. Ähm. Dann können wir ja hier bei Kordel das tauschen gegen das Katzenauge. Eine Quelle ist immer besser, wie gesagt. Die Haltbarkeit ist unendlich. Was hat denn dieses Quell für eine Kraft? Scheint ein Quell zur Regeneration zu sein. Ich glaube dir. Danke, Will. Das macht einen ja richtig verlegen, wenn man das so direkt ins Gesicht gesagt bekommt. Mein Kopf war voll mit wehren Gedanken. Und ein einziges Chaos. Ist es nicht viel besser zu verschwinden, bevor noch Schlimmeres passiert? Ja, eigentlich schon. Aber wenn wir jetzt nach Hause gehen, weiß ich nicht, wozu wir überhaupt gekommen sind. Und andere Räume inspizieren, mal wieder. Updown. Updown, girl. Wir gehen noch ein bisschen uptown, girl. Oh, fuck. Okay. Wir kämpfen hier mal. Ich weiß ja gar nicht, was es hier zu kämpfen gibt. Bin ich jetzt auch alleine oder nicht? Anscheinend kämpfen wir mit unserer Standardgruppe gegen dieses Monster. Hallo? Wenn du so Hagel, würde ich mal vorschlagen. Was für ein Bot? Das Ding hat einfach die Kraft der Lebenskraft plus. Das haben wir schon selber. Du bist ein was? Du bist Gegnerseite. Ah, ich verstehe schon. Xenobot. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles so sehr außerirdisch. Jenseitsblitz. Ein Lebenspunkt abgezogen. Das ist schlecht. Das Viech hat überhaupt keine Verteidigung. Wohl hat die Schlaftechnik gelernt. Warum nicht? Das, das, das. Eine vernünftige Schlaftechnik zu haben, ist sehr wichtig. Ich sage es euch nur aus bestem Gewissen. Ich speichere nochmal zwischen. Außerdem Schlaftechnik. Was brauche ich hier von eigentlich? Nicht Akupunktur, würde ich mal sagen. Man muss immer einen aufhalten. Schickt Gegner in einen Tiefenschlaf. Außerdem wollte ich bei Kordel noch was lernen. Wir können hier den, wir können hier den Volltreffer, ah, wir können den Plasmastrudel weg tun. Lebenskraft plus brauche ich ja jetzt. Nicht mehr, das haben wir jetzt im Quell. Heißt, wir machen hier mal den Wasserhammer. Weil das sind zwei Techniken, die sie kann, können sollte. Biestlanze mitnehmen. Und auf einmal haben wir doch wieder Sachen gewonnen. Noch ein Bestienquell? Fuck, ist das geil. Aber wem geben wir das? Meine Kordel kann damit umgehen. Wir brauchen hier das Wasserquell nicht. Lass uns das Bestien. Lass uns zwei Bestienquells nehmen. Fuck it. Oder was man dir... Ne Bestienquell hört sich ziemlich krass an. Warum hatte ich das Quell in der Hand? Was ist hier... Was ist das hier bloß für einen Raum? Wach auf, Will! Was ist los, Lavelle? Wo ist dein Bruder? Ich glaube, er ist allein in den Raum da drüben gegangen. Jetzt habe ich's. Es ist dieser Megalith. Er materialisiert unsere Gedanken. Ich bin Tycoon Will, der weltgrößte Digga. Hör auf, es zerrt deine Anima auf. Jo. Das passiert übrigens, wenn ein Megalith oder ein Quell eine Seele frisst. Man wird zu einem... Monster. Was es mit EGG auch wohl mit allen macht? Okay. Oh, du hast Freunde. Das ist erfreulich. Denke ich. Wir werden dich und alle deine Freunde zu Stein machen. Ich habe hier drin keinen Wasserquell. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Die Bestienlands hätte ich doch nicht ausrüsten sollen. Verdammt. Megalith-Biest. Das kann nicht ganz so viel Schaden machen, wie ich dachte. Feuersturm. Aber ist wohl genau so. Nicht Willstun. Der war doch nicht dran mit seiner Attacke. Ah, das muss so schlimm sein für LaVelle. Ihr Bruder wird einfach vor ihren Augen zu einem riesigen Monster. Zu einer Bestie wohlgemerkt. Rückzug. Waffenstillstand wird angestrebt. Geht's da aber jetzt oder nie. Rückzug. Wir hauen wohl ab vor dem Monster. Nichts wie weg hier. Und wie wir vor dem Monster weglaufen, sehen wir in einer anderen Folge hier. Von Folgenreich und von Saga Frontier. Danke fürs Zuschauen. Jetzt seht ihr, das war das, wo wir eigentlich hinwollten. Und, ähm, ich hoffe es ist nicht, wie gesagt, es ist gar nichts passiert. Bis auf, wir haben den kennengelernt, der jetzt zu dem Monster geworden ist. Und wir haben zwei Sätze mit dem geredet, wie Ich will der weltgrößte Dinger werden. Und ich werde auf jeden Fall ein riesiges Quell aus diesem Megalithen holen. Hey, ich weiß, wo der Megalith ist. Zwei Sätze. Okay. Deswegen, ein Charakter, der, ähm, nur dafür da war, um geopfert zu werden. Also ist es nicht unser Will, der hier draufgegangen ist. Und vielleicht wird er das noch in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.